In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man trigonometrische Gleichung mit Hilfe des Hauptsatzes der Trigonometrie lösen kann. Als erstes wollen wir natürlich klarstellen, was dieser Hauptsatz ist. Es ist diese kurze und einfache Formel. Und jedem von euch, der mit trigonometrischen Funktionen schon was zu tun hatte, sollte dieser Formel eigentlich bekannt vorkommen. Auf die Herleitung dieser Formel werde ich jetzt verzichten. Kleine Anmerkung, man kann es sehr leicht anhand des Einheitskreises herleiten. Im Rahmen dieses Tutorials werden wir diese Formel hauptsächlich dafür anwenden, um Gleichung zu lösen. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Aufgabenstellung lautet, löse die Gleichung. In erster Reihe musst du in der Lage sein zu erkennen, wo hier überhaupt ein Problem gibt bei dieser trigonometrische Gleichung. Das Problem ist die Tatsache, dass beide trigonometrische Funktionen hier auftreten, also einmal Sinus, einmal Cosinus. So eine Gleichung ist nicht direkt lösbar, sondern man muss eine dieser Terme ersetzen. Also entweder ersetzen wir Cosinus mit der Ausdruckknappigkeit von Sinus oder Sinus hoch 2 mit der Ausdruckknappigkeit von Cosinus. Und wenn ihr euch noch an diesen Hauptsatz der Trigonometrie erinnert, wie rechts abgebildet, da habt ihr die Möglichkeit, auf jeden Fall nach Sinus Quadrat von x umzuformen. Also wir bringen an dieser Stelle einfach mal das Cosinus hoch 2 von x auf die andere Seite und dann haben wir schon einen Ausdruck, mit dem wir Sinus hoch 2 von x ersetzen können. Also das hier nehmen wir und setzen es hier ein für Sinus Quadrat von x. Entsprechend haben wir dann eine Minusklammer. Also wir haben Minus, Klammer auf, 1 minus Cosinus Quadrat von x und dann noch Minus 3 Cosinus von x ist gleich Minus 3. Und dann können wir natürlich diese Minusklammer auflösen. Wir haben dann Minus 1, Minus Minus ergibt Plus Cosinus Quadrat von x und Minus 3 Cosinus von x ist gleich Minus 3. Und am Ende bringen wir alles auf eine Seite, das bedeutet Minus 3 kann man auch rüberbringen mit Plus 3 und entsprechend nach der höchsten Potenz ordnen. Das bedeutet, an erster Stelle steht dann Cosinus Quadrat von x. Dann Minus 3 Cosinus von x und wenn ich die Zahlen noch verrechne, 3 minus 1 sind natürlich 2, ist gleich 0. Jetzt stellt sich die Frage, welchen Lösungsansatz wir nehmen. Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, im Prinzip eine tegonometrische Gleichung zu lösen. In diesem Fall trifft natürlich Substitution zu. Wir haben diese Cosinus Quadrat von x und damit können wir dann später eine quadratische Gleichung bilden. Deshalb substituieren wir, schreiben wir abgekürzt Subst oder setzen wir diese mittelnden Term, Cosinus von x mit einer Buchstabe unserer Wahl. Ich entscheide mich jetzt für u, ihr könnt auch z nehmen oder was auch immer ihr in der Hinsicht gewöhnt seid. Und damit entsteht dann eine quadratische Gleichung. statt Cosinus Quadrat von x habe ich dann u² minus 3u plus 2 ist gleich 0. An dieser Stelle kann man natürlich die ABC-Formel oder die sogenannte Mieternachsformel verwenden. Entsprechend haben wir dann u12 ist gleich. Minus minus 3 ergibt plus 3 plus minus Wurzel aus 3 ins Quadrat minus 4 mal a, also mal 1 mal 2 und das Ganze durch 2 mal 1. Dann können wir das Ganze zusammenfassen. Zuerst dieser Term unter der Wurzel. Wir haben dann an der Stelle 9 minus 8 sind 1. Wurzel aus 1 ist natürlich 1. Und dann haben wir 3 plus minus 1 durch 2. Können wir die einzelnen Lösungen herausfinden. Also u1 wäre dann 3 plus 1 sind 4 durch 2 sind 2. Und u2 wäre dann 3 minus 1 sind 2 durch 2 sind 1. Und jetzt müssen wir nur noch resubstitieren und damit sind wir schon fertig. Also ich schreibe hier an dieser Stelle Seite resubst als Abkürzung für Resubstitution. Okay, das ging wie folgt. Wir nehmen jetzt die u-Werte, die wir hier rausbekommen haben und setzen sie hier in unserer Substitution ein. Also erster möglicher Ansatz lautet Cosinus von x ist gleich 2 und zweiter Ansatz lautet dann entsprechend Cosinus von x ist gleich 1. Ihr könntet diese Gleichung an dieser Stelle entweder mit einem Taschenrechner versuchen zu lösen, aber wir gehen davon aus, dass wir keins zur Verfügung haben. Und die einfachste Möglichkeit, das Ganze auszuwerten, wäre praktisch die Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktion zu kennen. Gut, in diesem Fall brauchen wir natürlich nur die Cosinus-Funktion. Das ist die blaue Funktion. Und wir schauen jetzt, für welchen x-Wert die Cosinus-Funktion den Wert 2 annimmt. Naja, das geht ja schlecht. 2 ist irgendwo hier an der y-Achse. Das bedeutet, die Cosinus-Funktion kommt dort gar nicht an. Also der Wert ist außerhalb des Wertebereichs. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Aber bei dem zweiten Ansatz, Cosinus von x soll 1 sein, dann haben wir einige Lösungen, die hier sichtbar sind. Die erste wäre bei 0 und zum Beispiel eine zweite bei 2pi und so weiter. Also können wir schreiben erstmal, x ist gleich 0. Da allerdings bei dieser Gleichung kein Bereich gegeben ist, wo man die Lösung angeben muss, schreiben wir jetzt hin die allgemeine Lösung. Und zwar, die wird so gebildet. Einfach die erste Lösung, die ihr findet, plus k mal 2pi. Wobei 2pi einfach die Periode dieser Funktion ist. Also die Periode von den zwei Funktionen der oberen Gleichung ist natürlich 2pi. Und k die Laufzahl. Und man definiert immer k als Element von z, also ganze positive und negative Zahlen. Das ist dann die allgemeine Lösung für diese Gleichung. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Vom Aufbau aus sieht diese Gleichung sogar leichter als die erste aus. Nur der erste Blick kann täuschen. So auch hier an dieser Stelle. Also, wir benutzen die gleiche Strategie wie bei der ersten Beispielaufgabe. Wir versuchen, eine dieser Funktionen zu ersetzen. Und wir erinnern uns, dafür haben wir vorher den Hauptsatz benutzt. Allerdings, der Hauptsatz liefert uns vorerst nur Sinus Quadrat von x. Aber wir brauchen Sinus von x. Naja, nichts Schlimmes. Wir ziehen nochmal Wurzel. Also, Wurzel aus Sinus Quadrat von x ist natürlich plus minus Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat von x. Und mit diesem Term hier ersetzen wir dann entsprechend dieser Sinus Funktion in unserer Gleichung. Wir haben dann plus minus Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat von x. Und dann noch plus Cosinus von x ist gleich 1. Jetzt sollte eigentlich klar sein, wir müssen irgendwie diese Wurzel eliminieren. Deshalb trennen wir die Terme. Wir bringen dieser Cosinus von x auf die andere Seite mit minus Cosinus von x. Und haben dann auf der linken Seite nur noch plus minus Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat von x stehen. Und auf der rechten Seite dann entschwächen 1 minus Cosinus von x. Um jetzt die Wurzel loszuwerden, müssen wir natürlich die Gleichung quadrieren. Damit verschwinden auch diese Vorzeichen hier. Wenn wir sie hoch 2 nehmen, das bedeutet, auf der linken Seite bleibt dann nur noch 1 minus Cosinus Quadrat von x. Und auf der rechten Seite entstehen dann leider eine quadratische Klammer, die wir noch auflösen müssen. Das heißt, vorerst haben wir 1 minus Cosinus x in Klammer ins Quadrat. Und die linke Seite können wir nicht mehr bearbeiten. Deshalb schreiben wir sie eigentlich nur noch ab. 1 minus Cosinus Quadrat von x ist dann gleich. Und hier können wir entweder eine binomische Formel anwenden. Oder wenn ihr keinen Bock auf eine binomische Formel habt, dann schreibt die Klammer zweimal nebeneinander und multipliziert es aus. Ich werde jetzt natürlich die binomische Formel nehmen, weil es kürzer geht. Also, dann haben wir 1 hoch 2 sind natürlich 1 minus 2 mal 1 mal Cosinus x. Das sind minus 2 Cosinus x. Und dann entsprechend noch plus Cosinus Quadrat von x. So, dann können wir alles auf eine Seite schieben. Ich werde jetzt alles auf der linken Seite tun. Sollte euch schon auffallen, die 1er kürzen sich sowieso weg. Also plus 1, minus 1 verschwindet. Und dann bringe ich nur noch die zwei Terme hier kurz rüber auf der linken Seite. Das heißt, einmal geht dieser Term minus 2 Cosinus x mit plus 2 Cosinus x rüber. Und dann natürlich noch Cosinus Quadrat mit minus Cosinus Quadrat von x. Dann können wir schon zusammenfassen. Auf der linken Seite minus Cosinus Quadrat von x mit minus Cosinus Quadrat von x sind entsprechend minus 2 Cosinus Quadrat von x. Und dann noch plus 2 Cosinus Quadrat von x. Das Ganze ist dann 0. Jetzt an dieser Stelle die gute Nachricht. Wir haben hier zwei Terme und beide haben ein Cosinus x gemeinsam. Deshalb können wir diese Gemeinsamkeit ausklammern. Wir haben dann Cosinus von x, Klammer auf. Vorne bleibt minus 2 Cosinus x übrig. Und rechts nur noch die 2. Und dann können wir jetzt diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Das heißt, entweder kann die linke Seite 0 sein oder die rechte Seite kann 0 sein. Entsprechend haben wir als erster Ansatz dann Cosinus von x ist 0. Und auf der rechten Seite müssen wir noch minimal umformen. Dann sind wir auch am Ziel. Also wir haben hier minus 2 Cosinus x. Plus 2 ist gleich 0. Dann entsprechend die 2 erstmal rüber. Minus 2 Cosinus x ist dann minus 2. Und am Ende noch geteilt durch minus 2. Und damit haben wir Cosinus von x ist gleich 1. An dieser Stelle fehlt natürlich nur noch die Auswertung mit Hilfe der Schaubilder. Also wir haben als erstes Cosinus von x ist 0. Und das heißt, die erste Lösung bei der blauen Kurve ist hier. Entsprechend können wir dann sagen, x ist gleich pi halbe. Und eine weitere Lösung wäre hier bei 3 pi halbe. Das können wir auch sehen. Das sind verschiedene Lösungen. Und x ist entsprechend dann noch 3 pi halbe. Dann können wir diese Lösung aufallgemeinern. Das heißt, wir hängen einfach hintendran k mal 2 pi. 2 pi wäre dann wieder die Periode. Und hier auch k mal 2 pi. Und jetzt die rechte Seite. Cosinus von x ist 1. Die erste Lösung, die wir finden, ist hier bei 0. Entsprechend können wir wieder sagen, x ist 0. Und dann ebenfalls verallgemeinern mit k mal 2 pi. Wobei, wie gesagt, dieses k immer Element von z ist. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt wahrscheinlich schon anhand der Beispielaufgaben bemerkt, wenn man kein Taschenrechner oder eine Wertetabelle zur Verfügung hat, ist es sehr wichtig, die Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktionen zu kennen. Deren Eigenschaften sind natürlich auch nicht verkehrt, wie Verschiebung, Streckung, Spiegelung und so weiter. Außerdem gibt es noch kompliziertere Ansätze zur Lösung von trigonometrischer Gleichung mit Hilfe von Additionstheoremen und Doppelwinkelformeln. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.